Unser zweites Spiel der Saison hier auf Habschausport TV. Sommer, Sonne und ein strahlend blauer Himmel, kurzum das perfekte Tenniswetter. Nach dem gelungenen Auftakt am vergangenen Wochenende wollten die Herren vom TC Blau-Weiß natürlich den zweiten Sieg der Saison einfahren. Allerdings klappte das nicht. Die Bundesliga-Absteiger aus Neuss wurden ihrer Favoritenrolle völlig gerecht und gewannen am Ende des Tages klar mit 8 zu 1 gegen den Hauptstadtclub. Ja, und heute leider seht schon nach den einzelnen 1 zu 5. Ist ein bisschen schwierig für uns, aber wir haben unser Bestes getan. Man muss ganz klar sagen, dass die Neusser Favorit sind auf allen sechs Positionen. Unsere Gegner sind bei anderen Spielen festzumachen, heute nicht. Wir wollten uns da gut aus der Affäre ziehen. Der TC Blau-Weiß musste zudem auf zwei wichtige Spieler verzichten. Sowohl ihre Nummer 1, Joao Montero, als auch die Nummer 2, Michael Wrenbenski, waren am Freitag nicht mit dabei. Aufgerückt waren dafür die beiden Nachwuchsspieler Stefanus Chinas und Philipp Pavlenko. Wir haben eigentlich mit zwei Nachwuchsspieler, also ich und Philipp Pavlenko. Der ist einer der besten Nachwuchsspieler in Berlin, mit 17 Jahren alt. Sein erstes Spiel auch in der Bundesliga. Für Philipp Pavlenko gab es also ein Zweit-Bundesliga-Debüt zu feiern. Der gerade einmal 17-Jährige ist eines der Berliner Top-Talente und wird dem TC Blau-Weiß in den nächsten Jahren sicherlich kräftig unterstützt. In seinem ersten Bundesliga-Einsatz musste er sich dann aber Lennart Hampel von Blau-Weiß Neuss geschlagen geben. Hampel, der schon im dritten Jahr in der zweiten Liga spielt, konnte seine Erfahrung nutzen und entschied das Spiel souverän mit 6 zu 0 und 6 zu 1. Es war ein souveräner Zweisatz-Sieg. Ich denke, mein Gegner ist ein bisschen jünger und dem hat man ein bisschen die Nervosität angesehen und auch angemerkt. Ich habe schon zum dritten Mal in der zweiten Bundesliga gespielt, also das dritte Jahr. Von dem her hat mir das ein bisschen geholfen, gut ins Match zu finden. Auch Stefanus Chinas hatte mit dem Belgier Julien Canina einen erfahrenen Gegner für sich. Nachdem Canina den ersten Satz mit 6 zu 1 für sich entschied, fand Chinas im zweiten Satz wesentlich besser ins Spiel und konnte zwischenzeitlich sogar mit 4 zu 3 in Führung gehen. Am Ende fuhren die Gäste aus Neuss aber auch hier mit 6 zu 1 und 6 zu 4 einen Zweisatz-Zieg ein. Ja, es war ein bisschen bitter heute. Es war ein gutes Match. Ich habe den ersten Satz leider 1 zu 6 verloren. Ich habe am Anfang nicht so gut gespielt. Ich habe direkt viele Fehler gemacht von Anfang an. Ich habe keine Chancen ausgenutzt, keine Spielbälle gewonnen. Das Spiel auf der 2, Petre Nusa gegen Butik van de Sanchulp gegen 7 zu 6 und 6 zu 3 ebenfalls an Blau-Weiß Neuss. Auch die Nummer 3, der Berliner Laszlo Urita Fuentes, musste sich geschlagen. Sein Gegner, Frederic Nielsen, gewann das Spiel mit 6 zu 4 und 6 zu 1. Eine ganz knappe, schon etwas bittere Niederlage musste Niklas Braun wegstecken. Sein Konkurrent, Nils Lohzma, dominierte zwar den ersten Satz, gewann auch mit 6 zu 0, wurde von Braun jedoch im zweiten Satz mit 6 zu 4 in den Match-Tile-Break gezogen. Der Berliner hatte hier zwischenzeitlich sogar mit 6 zu 4 die Nase vorn, verlor den Match-Tile-Break am Ende aber dann doch noch mit 6 zu 10. Im ersten Satz hat er gut gespielt, hat sich gut in den Lauf gespielt, war da wirklich schwer Fuß zu fassen und da auch zurückzukommen. Aber dann im zweiten Satz habe ich eigentlich meinen Aufschlag immer gut halten können und dann bei 5 zu 4 in breaken können. Und dann im Match-Tile-Break hat er die Nase bisschen vorne gehabt, ja, hat er gut gemacht. Den einzigen Sieg für die Gastgeber sicherte sich die Nummer 1 der Argentinier, Augustin Villotti. Er setzte sich in zwei Sätzen mit jeweils 6 zu 3 gegen den Franzosen Taktum Wange. Im ersten Satz habe ich super abgeschlossen und richtig gut gespielt, im zweiten Satz habe ich dann gut zugemacht. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meiner heutigen Leistung. Auch in den Doppeln war für die Hauptstädter nichts mehr zu holen. Zwei der drei Partien mussten sogar verletzungsbedingt abgebrochen werden und gingen somit direkt an die Gäste aus Neuss. Für die Herren des TC Blau-Weiß heißt es nun abhaken und gut auskurieren, regenerieren. Denn an diesem Sonntag schon steht der Berliner Tennis-Klassiker an. Das Revier-Derby gegen den LTTC Rot-Weiß. Wir werden uns auch noch mal verstärken, um da ein bisschen gegenzuhalten. Und dann freuen wir uns natürlich drauf, am Sonntag vor großem Publikum wie vor zwei Jahren ein schönes Derby hinzubekommen. Und da auf jeden Fall besser auszusehen als vor zwei Jahren. Wir sind am Sonntag natürlich auch vor Ort, wenn bei ebenfalls bestem Tenniswetter das Berliner Derby auf dem Gelände des LTTC Rot-Weiß ausgetragen wird. Untertitelung des ZDF, 2020